Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstmacht. Heute mache ich eine No-Bag-Torte. Eine Torte, die aus dem Kühlschrank kommt. Mit leckerem Quark, Sahne, Waffelröhrchen, süßen Erdbeeren und Paradiescreme. Lasst euch überraschen! . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Quark, Sahne, Waffelröhrchen und Paradiescreme. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal hier bei Selbstmacht. Servus!